Jau Leute, hier ist RedstoneOne mit seinem neuen Mitglied Maxi Kinge! Oh yeah! Und dieser Maxi King steht vor einem großen Display für ein großes Spiel und zwar heißt dieses Spiel Tetris wie man es in unschweinig von erkennen kann Ja, und warum das Info-Video so spät kommt das könnt ihr in einem Video davor sehen von mir und für Zuschauer Maxi Kinge meinen Kanal packt er in die Beschreibung, hoffentlich Jaja, das wird schon noch kommen Ja, dann lässt sich was einrichten So, und zwar erstmal, was ihr hier vor euch seht sind 126 Defilpflops Kaum zu glauben und der Max erklärt euch jetzt, warum das so scheiße ist Und zwar folgendermaßen, wir vermuten oder ihr seht es auch nochmal gleich wir werden es auch gleich nochmal zeigen es leckt verdammt ähm, echt es sind 126 Stück und alle werden natürlich fast auf einmal ähm mit ein Tick gesettet genau ähm, ein Tick ne nicht irgendwie ja, ein Tick halt und ihr habt es ist einfach so es leckt einfach so dermaßen dass ähm, ich zeig das mal ja, ich weiß nicht ob man das jetzt sehen kann aber ich fliege hier mal so um ja, das war jetzt krass meine FPS sind gerade von 80 auf äh, 20 runtergegangen oh, meine sind jetzt gerade von irgendwie keine Ahnung auf wie viel runtergegangen hab nicht drauf geguckt aber ja, man sieht es leckt total ja, und äh, da wären noch zwei äh, drei andere Speicher sogar noch mhm ja und zwar ein Speicher für das runterlaufen der Blöcke dass die so langsam runterlaufen ein Speicher für das ähm für Blöcke nach links schieben und ein Speicher für Blöcke nach rechts schieben wie wir das genau anstellen wissen wir noch nicht ganz also doch wir wissen es nur wir müssen es noch testen und ausprobieren ja so, wenn ihr jetzt dieses Teil hier gut achten wollt ähm das werde ich natürlich einrichten die Server IP ist unten in der Beschreibung das ist ein Rootserver kann auf ihr könnt ja jederzeit drauf kommen ähm und falls ich das wieder verpenne dann guckt einfach in einem anderen Videos nach da müsst ihr es drinnen so, ähm ähm der Stand von diesem Tetris um euch das mal klar zu machen wir sind am Anfang wir sind fast am Anfang was wir jetzt gerade können ist, ähm die Blöcke diese einzelnen Blöcke können wir hier in diesem Display anzeigen lassen und mehr auch nicht ja und äh die Blöcke sind ja also wir können die Blöcke da drin drehen und wir können die ausleeren und wir haben hier so einen schönen Zufallsgenerator ja made by Maxe ja der funktioniert ganz schön schön und toll jetzt kam 2d3 egal also das schwierigste bei uns die Verbindung zu sein und einmal nochmal demonstrieren seht euch mal dieses rumprobieren für einen deflop an der 2x2 Blöcke breit ist ja also sehr sehr krank ähm war's das von uns ja das war's das war's das war's ich bin da ja wenn also wir werden auch die einzelnen Teile so beschreiben und gucken und ein Tud über den Zufallsgenerator wird auch noch kommen der ist nicht so sehr geil so falls ihr interesse habt IP unten Redstone One ist fertig und wir sagen viel Spaß beim Einkaufsuchten bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal